Hey Leute, Alsano hier und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder ein paar Updates bei den Event Rates in der Naturzone. Was euch alles erwartet, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß! Passend zu Halloween gibt es an diesem Wochenende in den Event Rates Pokémon vom Typ Geist und Unlicht. Und passend dazu gibt es wieder ein besonderes Pokémon mit einer garantierten Shiny Chance. Und zwar könnt ihr ein Square Shiny Zoroak finden. Die Wahrscheinlichkeit, das Zoroak zu finden, liegt bei 2% in Fünfer Rates. Ihr habt also gute Chancen, das Pokémon an diesem Wochenende zu finden. Ich habe euch natürlich wie immer eine passende Infografik gemacht, in welcher Rates Stufe ihr welches Pokémon finden könnt, damit ihr das Event voll auskosten könnt. Das Event läuft bis zum 1. November um 0,59 Uhr. Um das Event zu empfangen, geht einfach in euer Geheimgeschehenmenü und wählt dort die Neuigkeiten aus der Naturzone. Hoffentlich ist das nicht das letzte Event für Pokémon Schwert und Schild. Ich fände es nämlich sehr schade, wenn jetzt die Schwert- und Schildzeit schon enden würde. Wenn ihr über die Welt der Pokémon auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst einfach ein Like und ein Abo da. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.